Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du das Shopify Theme ändern kannst um den Inhalt zu verlieren. Als erstes gehst du auf den Online Shop rauf und drückst nun an der Seite auf den Punkt Online Store und drückst nun auf Themes. Nun werden dir verschiedene Themes angezeigt und das was du schon bereits hast und kannst einfach jetzt ein neues Shopify Theme reinnehmen und so werden die Themes übernommen ohne dabei den Inhalt zu verlieren. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.